Auf der rechten Seite befindet sich das Standard-Line-Up, das auch aus drei Kameras besteht. Beginnend mit dem SM4 Pro, unserem Einstiegsmodell. Es hat eine 24-Megapixel-Kamera mit Full-HD-Video, was schöne Videos und Fotos ermöglicht. Die Auslösezeit der Kamera beträgt 0,6 Sekunden, das heißt, sie erkennt ein vorbeilaufendes Tier innerhalb von 0,6 Sekunden, bevor sie ein Foto oder Video aufnimmt. Die zweite Kamera in unserer Standard-Linie ist die EZ2 Ultra. Sie verfügt über eine 30-Megapixel-Kamera und 4K-Video, sodass gestochen scharfe Fotos und Videos möglich sind. Die Auslösezeit dieser Kamera beträgt nur 0,2 Sekunden, sodass jedes kleine Tier erfasst wird, egal wie schnell es ist. EZ2 Elite hat gleiche Specs wie vorherige, aber Dual-Linse für bessere Nachtaufnahmen und Videos. Zweite Linse verbessert die Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Suchen Sie eine Nachtkamera? Dies könnte die perfekte Wahl für Sie sein. Unsere Wildkameras funktionieren nach denselben Grundprinzipien. Was bedeutet das? Jede Kamera verfügt über Präsenzsensoren, die sowohl Bewegung als auch Wärme von vorbeigehenden Tieren oder Menschen erkennen können. Eine Linse zum Aufnehmen von Fotos und Videos ist vorhanden. Versteckte Infrarot-LEDs ermöglichen nachts schwarz-weiße Fotos, ohne dass die Kamera Licht abgibt. Unsere Wildkameras arbeiten 24-7 vollautomatisch, damit du nichts verpasst, was in deinem Garten oder im Wald passiert. Jede unserer Wildkameras hat außerdem eine Reichweite von etwa 25 Metern Entfernung. Du kannst wählen, ob du Fotos machen, Videos machen oder beides kombinieren möchtest. Und jede Kamera ist zudem auch noch IP66 wasserdicht, damit du die Kamera bedenkenlos draußen aufhängen kannst. Jede Wildkamera mit Installationsset geliefert. Gerät ermöglicht einfache Befestigung der Wildkamera an Band. Befestigen Sie sie mit den Schrauben und dem Seil an der Wildkamera für zusätzliche Sicherheit. Mit dem Seil können Sie die Wildkamera zum Beispiel an einem Baum oder Posten befestigen. Einfach hinten befestigen und mit diesem System anziehen. Die Wildkamera wird mit mehrsprachiger Anleitung geliefert. QR-Codes auf der Rückseite ermöglichen Zugang zu Anleitungsvideos und nützlichen Tools. Wie startet man mit einer Wildkamera? Es ist einfach und ich werde es euch zeigen. Schritt 1 ist das Öffnen der Kamera und das Einlegen der Batterien in das Fach. Schritt 2 ist das Einlegen der SD-Karte. Und Schritt 3 ist das Einschalten der Kamera von Aus auf Ein. Die Kamera zählt von 5 auf 0 zurück. Wenn der Zähler auf 0 steht, arbeitet die Kamera 24 Stunden am Tag für dich. Das passiert jetzt. Schritt 4 ist das Öffnen der Kamera. Bis zum nächsten Mal.